Herzlich Willkommen Leute, zurück zu Call of Juarez Ganslinger und nun wahrscheinlich dem Ende des Spiels, wahrscheinlich war das das letzte Kapitel gewesen und wir haben jetzt das große Finale. Das ist die Geschichte, aber es ist nicht die Wahrheit. Also, du hast nie Bob gefunden. Es ist kein Bob. Das alte Sum-Bich ist nicht sogar Silas Greaves. Herr, ist das wahr? Hast du unsere Bogen die ganze Zeit geschenkt? Nein, nicht die ganze Zeit. Oh Mann, ich denke, dass du dein Willkommen bist hier. Vielleicht bist du, Jack. Vielleicht ist es Zeit, zu bezahlen. Du siehst, Ben, oder soll ich sagen, Bob? Dein Vergangenheit hat immer mit dir geschenkt. Ich war damals ein anderer Mensch, verrückt. Trinken, ich... Ich veränderte meine Wände. Ich versuchte dir, wenn ich die Zeit zurückkehren kann... Aber du kannst nicht, Bob. Oha, was eine dramatische Wendung. Du, Sir Destiny, natürlich werden wir Rache ausüben. Und du kannst dich nicht mehr mit dir gehen, um es zu sagen. Du kannst dich nicht mehr mit dir gehen, und du kannst dich das Leben kommen. Und du kannst dich nicht mehr mit dir gehen. Ich habe es gesagt, dass ich dich mit nichts verlassen habe. Let's stand off gegen Bob bzw. Ben. Ich wollte schon Ewigkeiten-Rache ausüben und endlich habe ich dich gefunden. Oh mein Gott! Oh, Jesus! Ich bin nicht sicher, dass ich mein Mann bin, bis er herausgebracht hat, wie viel er wusste über Ringo und Reed. Die Bühne, natürlich. Das war das letzte Kabel in diesem bestimmten Koffin. Ich hätte besser gehen, den Sheriff zu holen. Du bist okay, Junge? Du schaust mich. Dwight, vielleicht besser gehst du nach Hause. Ein junger Eisenhower hier ist weg für West Point morgen. Er sollte nicht in etwas wie das. Ich denke, ich könnte mich selbst an dieser Strecke gehen. Obwohl du mich stoppen willst, Jack. Nein, Herr, Herr Graves. Also, wo gehst du jetzt? Jetzt, dass du deine Revenge hatten? Es ist nicht wirklich wichtig, oder? Denn ich habe meine Seele verholt und werde nie wieder gehen mit denen, die ich verloren habe. Was ein geniales Ende. Eine super Story. Ich fand es eine geile Spielzeit. Call of War ist ganz länger. Meiner Meinung nach wirklich ein sehr gelungenes Spiel. Der Preis war fair für das Game. Die Zeit fand ich vollkommen in Ordnung für ein Story-Spiel. Hat mir echt gut gefallen. Ich verabschiede mich jetzt schon mal. Vielen Dank für alle Leute, die zugesehen haben. Ich lasse das Auto natürlich wie immer noch bei meinen Spielen durchlaufen. Ich verabschiede mich schon mal. Schaut noch beim nächsten Projekt wieder rein. Danke fürs Zusehen. Tschüss. Ich verstehe dich niemandem. Ich clock bought. Ich verstehe dich nicht. Sie hyvä auch dieses Video. Und principio schneller veces immer bei mir. Ich hoffe, ein Musiker special. Ich suche allen es entscheiden. Ich Haranz dann ach osobach in die Folge von einem Funkspruch in die FolgeDIO. auch einen Restaurant mit und graduation. Ich habe das grande Goeinen. igan locken. Was sind die?, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020